So, willkommen zu einem viel zu lauten Part... Nein. Okay, willkommen zum nächsten Mal von Turm und Scarlet Emerald. Und wir haben im letzten Part Kezuna ziemlich hoch trainiert. Deshalb wir sie jetzt erstmal ein bisschen unten lassen und... ...Kendo trainieren. Und wie gesagt, obwohl ich ja übrigens jetzt auf 42... Noooop. Und wir werden jetzt einfach mal ein Lied reinschmeißen, was mir sehr gefällt und ein sehr tolles Lied ist. Wenn ich es finde, natürlich nur. Das ist nicht wahr, ich finde jetzt Immortal Madness nicht, oder wie? Naja, dann spielen wir. Das Lied von Satori, weil das auch toll ist. Und dann haben wir Shadow Soul. Mit dem ich übrigens eben noch gesprochen habe. Oh mein Gott, Moku ist so stark und ich mache sie jetzt total overpowered. Dann wird Midi mich lieben. Yay. Nein, aber ich werde schon von einer anderen Person geliebt. Miau. Hinweis genug. So, also wir geben uns jetzt erstmal hier hoch. Na, hinter Baumhausen City oder so. Also da, wo die Leute wie Maykhausen... Und jo, bewegen wir uns einfach mal hier entlang. Hier runter. Und der Typ meint mir, hey, hast du Flugpuppets? Natürlich, Blaze Kick. Da, das ist das schlechte... Es ist gerade ziemlich schlechtes Training für Moku wegen dem Regen. Was machen wir da? Was machen wir da? Dann würde ich sagen, trainieren wir doch noch jemand anders vorher. Moku hat dann erst im nächsten Büro... Das macht so Sinn. Ich verbrenne den Gegner an, wenn es regnet. Macht Sinn. Blaze Kick, danke. Oh mein Gott, das ist Sahne. Geh sterben. Geh bloß aus meinen Augensahne. My Puppets and my Parasol. And one of them is missing. The picture of beauty will be ruined. Oh, 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 fuck off. Uh. Hol. Ah, warum 5 elements, das macht kaum schaden. Earthquake und goodbye. Nein. Nein. If you don't pay attention, you will get hurt. Oh, fuck. Admin Mailing. Mit rosa Haaren. Es ist Kisuna mit langen Haaren. Nein. Nein. Und E-Mailing. Dafür nehmen wir Gryph. Ah, ich habe rosa Haare. Dass er alles kaputt machen muss. Erkater, tschüss. Callie geohnt. Wir haben das Call Girl geohnt. Oh Gott, der war schlecht. Meg wird geheilt. Aber Meg hat immer richtig viel HP. Wohlbekommt auch noch seine Heilung. Und der nächste Trainer. We need you conceal yourself under our camouflage cloaks. I bett you didn't know where I was. Oh, gefroost. Naja. Goodbye. Oh mein Gott, das ist Yoki. Eisbow. Sakura Storm, oh noose. No more, mehr Blumensturm. Lass es. Ja, meins. EYE! Und BAM! Fetter Eisblock auf die Birne gehauen. Wir müssen Meg nochmal heilen. holen uns diesen Revive. Puppets may have some special abilities, if you want to become a first class trainer or learn about them. Oh, ne Hurei. Geil, ich mag Hurei. Eisbeam und tschüss. Kommen da hoch. Na, industrie er is enjoying life for now. Ja. Bomb. Truss. Ja, hause your physical fitness. If you're not fit, you could have a rough time in critical situations. Oh mein Gott, sie hat eine Momizi. Friseisball. My balls. Ah ja. Your balls. Halte, halte. Au, das tut weh. Und Level 60 bei Meg erreicht. Sehr schön. Vielleicht wir können Meg jetzt auch auswechseln. Meg, du bist unnötig. Ah, back is full, natürlich. War typisch. Kappa bekommt die. Und wir hol alt. Und nehmen Meg den IP-Teiler. Geben neben unserem alten Hol. Und freuen uns unseres Lebens. Bla, oh mein Gott. Mich greift dann eine Bitori an. Earthquake. Wiedersehen. Da war übrigens so, ah ja. I'll check your puppet then SDF. Bitfarty out the horse. Oh nein, nicht schon wieder Sahne. Au. Au. Schmerz. Und dann noch Magical Leaf hinter... Kotz, 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 Kotz muss. Oh mein Gott, es ist Suvaco. Stirb, du Innovation eines Toromon. Oh, yeah, jetzt ist es Kanako. Wiedersehen. Razer Wind. Oh, Lorenzo, du nervst. Schmerz. Schmerz. Bam. Kaputt. Okay, Griper reicht Level... 53. Wir nutzen ein Revival Herb auf Hole. Einfach weil er diese Revival Herbs halt braucht. Weil er sonst einfach tot sei. Oh, Nugget. Schön. Springen hier rüber. Rennen da rüber. Und der nächste. One to battle. Oh mein Gott, es ist Riggle. Confusion. Tschüss, Riggle. 43. Sanae. Dafür wechsle ich dann wieder auf Shadow Soul. Denn der kann einfach mal schön reintreten. Nutzlose Sanae. Weg. Und Mima. Äh. To recovern. Doomdesign. Mir doch egal, ich trete dich weg. Tschüss. Do you have a hina nerve? Bla. So, schwimmen wir mal einfach mal hier rüber und gucken was es hier so gibt außer fetten Titten. Okay, darüber holen wir uns die Hyperbore. Verdammt. Bag is full. Petra Berries. Holen wir uns die ganzen lustigen Beeren mit. Einfach weil wir es können. Die Frau gibt uns übrigens auch noch eine Beere. Eine Figi Berry. Full Heel braucht kein Mensch. Hier oben ist noch ein Ninja. Ah, Moment mal. Oha. Boah. Boah, du warst schnell. Jomo, das war schnell, wirklich. Tennis Spring. Mann, wie einfach... Ich einfach gerade mit meinen nutzlosen Revival Herbs umgehe. So, jetzt kann ich wieder auf Hohl wechseln. Der Hohl macht einfach mal Erdbeben und tschüss, Jomo. Dann kommt... Bam. Nein. Oh, knapp. Überlebt. Schön. Kego. Toll. So, da oben ist übrigens ein Ruin-Maniac. Deshalb wir erstmal da hochgehen und erstmal hier im Gras noch auf Level 44 posten. Oder pushen. Ich ernsthaft. Shadow, mach Kaguya platt mit unsterbender Flamme. Überleben wir Hohlalt und Körper wieder. Und da der wahrscheinlich irgendwelche guten Viecher hat, die man mit Erdbeben kaputt machen kann, machen wir sie einfach kaputt. Oh mein Gott, das ist suiker. Oh mein Gott, das ist immer noch suiker. Langsam wird das nicht innovativ. 44. Merlin. Hallo, ich bin Merlin. Ich bin eine Fee. Mein sei. Confuse Ray. Ok. Confuse Ray William Johnson. Ja, booste dich weiter. Wenn dich einmal selbst trifft, bist du so kaputt. Natürlich. Booste alle deine Werte. Dann kann ich Kapa reinholen. Der macht einfach mal Fire Blast. What? Tschüss. Yuka. War ein bisschen schlecht, dass ich jetzt drin geblieben bin. Wechseln wir auf Shadow. Der galt sich erstmal an ihren Titten auf und greift damit an deinen Flamern, die überhaupt keinen Schaden macht. Dann kommt Kezuna. Und mach dich kaputt, Yuka. Wiedersehen. Also, ich war mir nicht CRUNY in deinen Flamern. Was für das ist. Was für das Graceful Setback. Was für das GratulOP! ICH! Nein! 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 Leinwunden heilig nur mit Superportion, mehr brauchen wir dazu nämlich einfach nicht. Und dann begegnen wir uns dorthin. Der Power is beyond and standing in the world. Oh fuck, Resen. Erstmal Confuse Ray. Ich könnte übrigens Renner auch mal wieder aus der Box nehmen. Tschüss. Also nicht aus der Dingsbox, you know. Slash. Wow, macht das Schaden. Tschüss. Can you see that I have all this stuff with me, despite... Do you want to have a battle? Oh, geil. Random name is random, es übrigens gerade online, wie random. 1145 und ja, Mama, geil. Ich kann nicht mehr escapen, cool. Escape, 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 schade. Und tschüss. Damit habe ich den Bugmaniac auch kaputt gemacht. Wieso? Juhu. Und jetzt hier ist mir die Persenbeeren, dann die Rostberry, dann die Chesterberry, dann die Chesterberry. Stop, have a good look at my precious puppet. Oh mein Gott. Mecana. Gut, ein kleines Problem habe ich jetzt. Ich glaube, ich nehme jetzt das nach das und greife jetzt Deerwings Yukarin an. Was irgendwie ein bisschen nutzlos ist. Ah, da haben sie Hohl gekillt. Nein, den alten Sack haben sie kaputt gemacht. Masters Bug auf Kana. Und ich wechsle auf Shadow. Bam, kaputt. Niemands sterbende Flamme. Ha, geflincht. Tschüss. Haben wir die auch kaputt gemacht? Blah, sie würde es mir nicht mehr einfach machen. Oh, sie gehen zum Mount Jade. Oh, ein Doppelkampf stehen wir noch gegenüber. Geil. Ja gut, den machen wir noch. Oh, geil. Moko und Kena. Oh, Midi. Ice Beam. Fui-Yama-Wil-Kena. Oh, ich bin so gut wie tot. Shadow. Strength. Und Ice Beam. Ah, daneben Blizzard. Blizzard. Und? Das war's mit Make. Setz mal Kizuna rein. Tschüss Moko. Mok, 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 Tan. Kappa. Und tschüss Kene. Im Hakutaku-Mode. Kaputt gemacht. Nice. So, jetzt sind wir hier wieder in der Safari-Zone. Und was ich jetzt tue, ist meine Tormon heilen, denn das geht ab dieser Edition. Man nimmt die Tormon, tut sie in die Box, nimmt sie wieder raus, schaut dann in die Summary und sie sind wieder completely full. So, dann nehmen wir wieder full rein. Dann nehmen wir Shadow wieder rein. Tun wir Kizuna wieder in die Box. Tun sie wieder rein. holen unsere Bitori mit. Und lassen jetzt mal unsere Kino draußen. Und dafür nehmen wir jetzt unseren neuen Charakter mit. unser neuer Charakter nennt sich nämlich, wer hätte es gedacht und wer hätte sie nicht mehr mitgenommen. Wo bist du? Wo? Bin ich grad zu blöd, sie zu finden? Ne, da ist sie. Okay. Reisen. Akaren. Juuu. Dich nehme ich mit. Weil du toll bist. So, Ren haben wir mitgenommen. Und sie trägt über den Black Belt, was total keinen Sinn macht. Okay, wir machen erstmal die Super, äh Quatsch. Super Repair an. Damit wir das loskriegen. Du, 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 du. Oh, ich brauch Candybox. La, 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 la. Und liegt hier auf einmal Zinkrom. Das macht doch keinen Sinn. So, wir geben Shadow den Oni-Bracer. Und schauen mal, was hier so ein Gras gibt. Ach Quatsch, ich hab hier das Ding an. Oh, fuck, jetzt sechs Stück. Ähm, Earthquake? Jumuuu, du bist toll. Ich muss dich trotzdem kaputt machen. NASA, 35. What did that? Du hast blöd, blöd, blöd. Verstört. Bumpt, Spybeam. Psybeam. Bumpt, Yuyoko. Chus, 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 chus. Ähm, Sakuya? Wait, what? Confused, Ray. Tschüss, Sakuya. Oh, wir lernen, ist Visible Vollmond. Geil. Geil. Tschüss, Double Team. Und Hohle sind schon wieder verreckt. Meine Güte, der muss uns ja mal richtig hassen. Die, 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 die. Da, 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 da. There is nothing I love more than checking out other people's puppets. Spin, 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 spin. Confusion. Und tschüss. Oko, Gaza. Na ja, tschüss. mit der Bayern wir lernen extra Sensory Wien und Nitori Confuse Ray und testen unsere neue Attacke extra Sensory aus Tschüss Aua Paulette Zeit tut weh also kaputt gemacht naja Rennrein sei die im Tiefjur K was ist aus der Sitz des Befugnungen und was für Schaden in Wiesbe von Aura das tat bestimmt weh Tschüss Bamm kaputt gemacht wir sind so toll und dann nutzen wir unsere lustige Switching Technik den and beden denn attendance die阿ita you will play with my puppets all my god is our q the first stage yeah with my puppets and travel through what call you might say and come confidence in my but Kana call Blaise kick mein Proverbs Watt der Fakt ist Frau Wüß mir egal tschüss und haben was für sich holen können weil wir total und soll Kiste so überfüllt haben dass wir einfach nur mal ein Exekiracy wegwerfen werden was da waren jetzt eine richtige Mino Rico für es sagt dieses Jahr oder wo du toll warst mein Papst hat der Taste of the Feet und der Exkirche zu enttäuschen auch nicht die so war schnell weggetreten dies knapp und böse Mino Rico Rennrein sehr schön in diesem Fall immerhin in diesem Fall immerhin sehr geil der Absatz des Routines die P5 trainiert a day guess what the number 5 shadow Treti Romero kaputt und Sakuya Dauer Junge, danke. So, oh, humilated. Bla, 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 bla. Total egal. Und wir sind in Segras-Holp-City. So, aber ich würde sagen, das war's für den Pal. Im nächsten Mal machen wir weiter mit dem Berg. Bis dann, Leute. Tschaußen.